PEGI 16 Seit sich der Bund der Morgenröte in alle Winde zerstreut hat, ist es hier viel ruhiger geworden. Ruhig, aber keineswegs langweilig. Laut meines berühmt-berüchtigten Informationsnetzwerkes sind unsere Freunde nämlich allesamt schwer beschäftigt. Vor allem aber sind sie wohl auf. Ihr hört ganz recht. Diese Karte ist der Pfad zu unermesslichem Reichtum, meine Freunde. Eine Scherzsuche. Willst du diesen Weg fortsetzen, so schütze sie. Einst gab ich dir diese Worte mit auf den Weg und muss nun gestehen, dass sie einem Geist entsprang, der seinen eigenen Stillstand verleugnete. Wie ihr wisst, zersplitterte Heideline die Welt in 14 Teile. Und ich suche nunmehr nach einer Methode von unserer Welt, in die Splitter zu reisen. Ich habe jedes Buch gelesen, das ich in die Finger bekommen konnte. Bin jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen. für eine Menge Aufschuld. Ich bin etwas auf der Welt ich mir�로stag bring. So woher uns aufhören! Lern die Macht der Götter kennen. Spürt meine sengende Liebe. Ich bin also zurückgegangen. Es steckt viel Leben in euch. Seid willkommen in meiner Domäne. Ich bin also zurückgegangen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020